Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal silly.xo. Heute machen wir das 10 Atemvideo von Freundinnen. Ja, reden wir gar nicht so viel, legen wir einfach los. Oh, wie cool. Hi, was machst denn du da? Ich schaue gerade auf Instagram vorbei. Da hast du so ein cooles Bild. Guck mal, ich finde der Lippenstift sieht viel besser aus wie der Magie. Aber ich finde, der Nagellackstift sieht viel schöner aus als der Lippenstift. Es ist doch eindeutig, dass der Lippenstift besser aussieht wie der Nagellack. Der Nagellack sieht scheiße aus, genauso wie du. Lass mich in Ruhe, ich gehe jetzt. Das war nicht so gemeint. Mann, wir sind echt voll die guten Schuhe. Wir haben schon wieder eine Eintischung. Wie immer, also die Lehrerin kann auch nichts anderes von uns erraten. Stimmt's so? Ja, und schau mal, bei mir hat sie sogar super hingeschrieben. Was für ein Zufall, bei mir auch. Wir sind einfach die Besten. Na gut, du musst da lang, ich muss da lang. Dann bis morgen. Bis morgen. Tschau. Tschüss. Tschüss Mama, heute ist so ein tolles Wetter, ich muss unbedingt raus. Tschüss. Hi. Hi. Übrigens, ich fand deinen Rucksack so toll. Schau mal. Ich habe ihn mir auch gekauft. Es gab ihn halt nicht mal mit dem gleichen Muster. Aber ich fand ihn so toll. Und übrigens, ich kann mich jetzt auch erfrischen mit meinem Wasserstrich. Ach ja, und das Armband. Hier, das finde ich so toll mit dem Regenbogenfarm. Also das musste ich mir auch kaufen. Ich habe mir gleich zwei gekauft. Cool, oder? Wieso machst du mir alles nach? Weil du so cool bist. Du hast so coole Sachen. Mann, das war heute echt cool. Ja, mega. Und danke, dass du mich nach Hause begleitet hast. Ach. Gern geschehen. Tschüss. So, ich muss dann jetzt gehen. Ach, warte. Ich musste noch. Ich habe extra was zum Schenken. Zufall, ich auch. Ich habe es vor lauter schönem Tag vergessen. Ach, aber ich habe es dafür dabei. Also, schau mal, diese wunderschöne Handyhülle. Cool. Dann habe ich noch... Ich weiß gar nicht, wo ich das alles hinsehe. Die zwei Squishies. Und noch ein. Danke. Und natürlich die besten Sachen. Noch Flummis. Ich liebe Flummis. Ach, hier ist noch einer. Ein Monster. Cool. Ach so. Hier. Jetzt, ja. Hier noch eine Jacke. Ach, danke. Und dann, wo du dich wahrscheinlich sehr von Maria Donut liebst. Aufblasbaren Donut. Für das Meer? Ja, und für den Pool. Juhu. Und auch noch ein Spann. Ein anderes. Uah. So, das Beste kommt jetzt aber noch. Beziehungsweise das Zeitbeste. Muskelz rein in die Haus. Muskelz rein. Ich warte dann mal. So toll. Tat, 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 tat. Ein Donutkissen. Ja. Spassend zu dem Donut, zu dem aufglasbaren Donut. Also, gehen wir uns morgen wieder? Ja. Tschüss. Woher kommt die denn? Denn die Zeit läuft ab, Digga. Ey, Bruder, was geht? Was geht? Wir sind heute so cool angezogen. Ja, ey. Wie immer. Ja, wir können draußen in so schönes Wetter, Digga. Ja, schön in die Sonne. Ja. Ja, komm, Digga. Wir sind hier. Wow. Wow, wow. Hallo, Amelie. Hallo, Lisa. Hallo. Haben wir gerade mit meinem Wow, 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 Wow gespielt. Und ich habe meine Schnuppeltücher in die Luft geworfen. Cool. Guck mal, ich habe Hickey-Mars aus meiner Hose. Und ich, Schwetterling. Cool, die machen so. Ja. Wow, wow. Oh, Wow, Wow will auf den Spielplatz. Dann gehen wir, komm. Ja. Wow, wow, wow. Oh, komm. Ich sehe alles so. Komm. Und wir haben Sommer. Ja, das ist doch immer noch. Komm, ich bin leer. Komm, wir gehen zu mir. Oder nein, wir gehen schön in den Salarien. Ja, es ist warm. Oder in die Sauna. Komm, ich bin wieder, in die Sauna. Wo? 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 So caught. Nein, das ist doch so. In climb. Ge Turkey- Geischen wir zu. Bitte weit nach der Schuller Left西asệch Und schnell das Wasser schreien. Arme! Beine! So, komm, zu mir. Jetzt können wir eine Party machen. Und weiter. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Und weiter. Komm, hoch. Komm, hoch. Das war heute echt cool. Ja. Wir müssen echt immer zusammenbleiben. Komm, wir gehen zusammen in mein Zimmer. Hallo? Ja. Bleib bei mir. Komm, ich bleib da nicht hier noch nach Hause. Komm. Komm. Ich bleibe gleich hier noch nach Hause. So, Tschüss! Tschüss! Kann die Tschüss auf mich gehen in mein Zimmer? Ich bin so voll! Das Essen da riecht nicht so! Schau mal auf Insta vorbei! Oh mein Gott, schau mal! Ich hab grad leckere Hamburger Würfel! Mein Bauch nicht! Sollen wir schon wieder essen gehen? Ja! Und morgen können wir auch essen gehen! Okay! Los, komm! Oh, was wird so lecker sein! Oh mein Bauch! So, das war's mit dem Video! Wir hoffen es hat euch gefallen! Ja, wenn es euch gefallen, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht zu abonnieren! Damit ihr kein Video mehr von Kili verpasst! Ja! Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder! Tschüss! 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 Tschüss!